Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Jana und bei mir dreht sich alles rund um das Thema Nähen und DIY. Das heutige Video ist in Kooperation mit Wunderlabel entstanden. Ich möchte dir heute einmal zeigen, wie ich meine Label bei Wunderlabel online designe und bestelle. Aber damit nicht genug. Ich möchte dir auch zeigen, wie ich meine Label einnähe. Und damit auch noch nicht genug. Ich möchte dir nämlich heute zeigen, wie du dir ganz einfach eine Hülle nähen kannst. Eine Hülle? Was für eine Hülle? So eine Hülle. Ich habe mir in diesem Jahr ein neues iPad gekauft und dafür brauchte ich dringend einen Schutz, damit es keinen Kratzer abbekommt. Und deshalb habe ich mir halt diese Hülle genäht und dachte mir, ich teile diese Anleitung mit euch in diesem Video. Und wie du vielleicht eben schon gesehen hast, habe ich mir hier an der Seite ein oder mittig ein Label eingenäht und hier an der Seite. Und ich möchte dir zeigen, wie ich das mache. Und wenn du dran bleibst, gibt es ganz am Ende noch eine kleine Überraschung, nämlich einen Rabattcode für dich. Also viel Spaß bei diesem Video. Lass dich inspirieren und ich freue mich auf dein Ergebnis. Auf der Startseite von Wunder Label hat man direkt eine große Auswahl. Es kann zwischen Textiletiketten, Hängtags und Stickern, Deko- und Festivalbändern und weiteren Produkten ausgewählt werden. Ich habe mich in diesem Fall für Textiletiketten entschieden. Auch hier unterteilt sich die Auswahl nochmal in Unterkategorien. Es gibt Webetiketten, Logoetiketten, Lederetiketten, Bedruckteetiketten und Pflegeetiketten. Ich habe mich für die Webetiketten mit Text und Symbol entschieden. Bis auf die Glitzeretiketten sind alle Etiketten Ökotex Standard 100 Produktklasse 1 zertifiziert. Das bedeutet, dass sie frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und auch für Babykleidung geeignet sind. Ich habe mich für Webetiketten mit Text und Symbol entschieden und zeige dir jetzt mal, wie ich sie designt habe. Hier lassen sich alle Einstellungen nun individuell bearbeiten. Bei der Hintergrundfarbe habe ich mich für ein ganz schlichtes Schwarz entschieden. Beim Text habe ich mich für MiMade entschieden. Richtig toll finde ich, dass man hier auch die Schriftart auswählen kann. Ich habe mich für eine schnörkelige Schrift entschieden. Da ich ein ganz schlichtes Label haben wollte, habe ich mich für die Textfarbe Weiß entschieden. In einem weiteren Unterpunkt kann man sich noch zwischen verschiedenen Rahmen entscheiden. Ich habe mich für Querbalken oberhalb und unterhalb meiner Schrift entschieden. Wahlweise können die Label mit vorgestanzen Löchern gewählt werden, um sie einfacher anzunähen. In einer weiteren Unterkategorie können Symbole gewählt werden. Es gibt eine Kategorie, die nennt sich Handwerk. Und in dieser Kategorie lassen sich auch Symbole wie eine Schneiderbüste oder eine Schere oder ein Knopf finden. Es gibt auch Symbole zu Feiertagen, zu Herzsymbolen, zu Tieren, zu Essen und vielem, vielem mehr. Unterhalb des angezeigten Labels lässt sich die Stückzahl auswählen. Es lässt sich sofort übersichtlich erkennen, welche Stückzahl wie viel kostet. Anschließend können die Labels in den Warenkorb gepackt werden. Ich zeige dir nun noch eine weitere Variante. Für meine zweite Variante gehe ich wieder auf die Startseite und wähle Textiletiketten aus. Hier entscheide ich mich erneut für WP-Etiketten mit Text und Symbol. Da meine Label farblich zueinander passen sollen, habe ich mich erneut für einen schwarzen Hintergrund entschieden. Meine Etiketten sollen zum Aufnähen sein. Als Text habe ich zweimal meinen Namen gewählt. Ich habe Jana DIY, Jana DIY in das Feld geschrieben. Ich habe den Schriftzug so gewählt, weil ich das Etikett später mittig falten und in einer Naht mitfassen möchte. Im Verlauf des Videos siehst du, wie ich das meine. Ich habe noch ein bisschen mit dem Abstand zwischen den beiden Schriftzügen und der Schriftgröße gespielt. Da ich mein Label lieber schlicht halten möchte, entscheide ich mich gegen weitere Details. Ich werde dir nun erklären, wie du die Maße der Tasche individuell für deinen Verwendungszweck anpassen kannst. Für die Tasche benötigst du lediglich ein Rechteck aus einem festen Material, wie Kunstleder oder Kork. In der Beschreibung findest du sowohl die Maße meines iPads, als auch die Maße meines Schnittteils. Du kannst deine Berechnungen gerne damit abgleichen. Für die Höhe des Rechtecks musst du wissen, wie breit dein Gegenstand ist und fügst 2 cm Puffer und 2 cm Nahtzugabe ein. An dieser Stelle muss überlegt werden, ob der Gegenstand im Querformat oder im Hochformat in die Tasche gelegt werden soll. Ich habe mich für Querformat entschieden. Für die Länge des Rechtecks musst du wissen, wie lang deine Taschenklappe sein soll. Dann nimmst du dreimal die Länge der Taschenklappe und addierst zweimal die Höhe deines Gegenstandes. Dazu fügst du noch zweimal die Tiefe des Gegenstandes, 2 cm Puffer und 2 cm Nahtzugabe hinzu. Für die Tasche benötigst du zum einen das eben berechnete Rechteck aus deinem Wunschmaterial. Zudem benötigst du passendes Garn und passende Nähmaschinennadeln. Außerdem brauchst du eine Papierschere, eine Stoffschere und wahlweise auch eine kleine Fadenschere. Ich lege mir zudem einen Eckenausformer bereit, du kannst aber auch einfach einen Stift benutzen. Da ich mit Kunstleder arbeite, lege ich mir Stoffklammern bereit. Zudem benötige ich für die Tasche zwei Magnetknöpfe. Ich lege mir außerdem einen Trickmarker und einen anderen Stift bereit. Für die Verstärkung der Magnetknöpfe nutze ich ein Reststück Snap-Pap. Für das Einzeichnen von Hilfslinien nutze ich zum einen mein Geodreieck und zum anderen mein Patchwork-Lineal. Beim Einzeichnen von Hilfslinien orientiere ich mich an den Markierungen auf den einzelnen Linealen. Zu Beginn benötigst du den Stoff, das Patchwork-Lineal und den Trickmarker. Begonnen wird an der Kante, die später die Taschenklappe bildet. Bei einem gemusterten Stoff muss hierbei auf den Verlauf des Musters geachtet werden. Ich lege mein Patchwork-Lineal bei drei Zentimetern an und zeichne mit Hilfe meines Trickmarkers eine Linie ein. Die Linie hat somit einen Abstand von drei Zentimetern zur Kante. Sollte der Stift nicht stark genug gezeichnet haben, zeichne die Linie nochmal nach. Hier siehst du nochmal die eingezeichnete Linie. Jetzt schlage ich meinen Stoff bis zur Linie ein. Auf diese Weise entsteht eine 1,5 Zentimeter breite Kante. Ich stecke den Stoff mit Stoffklammern fest. Hier kannst du meine festgesteckte Kante nochmal genauer erkennen. Vor dem Absteppen der Kante bereite ich mir die andere Seite vor. Dafür drehe ich meinen Stoff um und lege die Kante vor mich hin. An dieser Stelle sollte bereits überlegt worden sein, wie groß die Klappe sein soll. Ich möchte, dass meine Klappe 8 Zentimeter groß ist. Deshalb lege ich mein Patchwork-Lineal bei 8 Zentimetern an. Ich zeichne mit Hilfe des Trickmarkers eine Linie ein. Die Linie hat einen Abstand von 8 Zentimetern zur unteren Kante. Hier erkennst du nochmal meine eingezeichnete Linie. Nun lege ich das Patchwork-Lineal mit der 8 Zentimeter Linie an die eben eingezeichnete Linie an. Auf diese Weise zeichne ich eine Linie ein, die insgesamt einen Abstand von 16 Zentimetern zur unteren Kante hat. Hier siehst du die Linien, die im Abstand von 8 Zentimetern und 16 Zentimetern eingezeichnet wurden. Jetzt schlage ich die untere Kante ein. Die untere Kante schließt dabei mit der als letztes eingezeichneten Linie ab. Ich stecke meinen Stoff mit Stoffklammern fest. Hier erkennst du nochmal meine festgesteckte Kante. Im nächsten Schritt steppe ich beide Kanten knappkantig ab. Vor dem Nähen stelle ich meine Nähmaschine ein. Ich erhöhe die Stichlänge meiner Nähmaschine auf 3,2. Vor dem Nähen solltest du diese Stichlänge unbedingt an einem Reststück deines Stoffes testen. Auf diese Weise kannst du sehen, ob sie für deinen Stoff geeignet ist. Ich beginne mit dem Nähen an der um 1,5 Zentimeter umgeschlagenen Kante. Zum Nähen entferne ich die oberste Stoffklammer und lege den Stoff unter meinen Nähfuß. Ich senke meinen Nähfuß und beginne mit dem Nähen. Zu Beginn verriegle ich die Naht, indem ich ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähe. Anschließend nähe ich den Rest der Kante. Am Ende angekommen, wird die Naht erneut festgelegt. Dafür nähe ich ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts. Hier siehst du das Ergebnis meiner abgesteppten Kante. Nun wird auch die andere Seite abgesteppt. Es ist die Seite, die um 8 Zentimeter eingeschlagen wurde. Dafür entferne ich die oberste Stoffklammer, lege den Stoff unter den Nähfuß und senke den Nähfuß. Zu Beginn verriegle ich meine Naht. Ich nähe ein paar Schritte vorwärts, ein paar Schritte rückwärts und wieder vorwärts. Am Ende angekommen, wird die Nähfuß und senke den Nähfuß. Am Ende angekommen, verriegle ich die Naht erneut. Dafür nähe ich ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts. Hier siehst du die abgesteppte Kante nochmal im Detail. In diesem Schritt möchte ich mir ein Label annähen. Dafür widme ich mich der stärker eingeschlagenen Seite und nicht der weniger stark eingeschlagenen Seite. Hier siehst du mein Label, welches ich an der abgesteppten Kante annähen möchte. Ich falte meinen Stoff einmal in der Mitte, um mir die Mitte anschließend mit Hilfe einer Stoffklammer zu markieren. Hier siehst du meine verwendete Stoffklammer. Dasselbe wiederhole ich nun mit dem Label. Ich falte es einmal in der Mitte und setze eine Stoffklammer, um die Mitte zu markieren. Anschließend lege ich Markierung auf Markierung. Ich stecke das Label an die abgesteppte Kante. Ich probiere ein bisschen rum und schaue, an welcher Position mir das Label gut gefällt. Sobald ich diese Position gefunden habe, befestige ich das Label mit weiteren Stoffklammern. So sieht das Ganze jetzt aus. Das Label wird nun rechts und links mit ein paar Stichen fixiert. Für das Festnähen des Labels stelle ich meine Stichlänge von 3,2 runter auf 2,6. Nun wird das Label rechts und links an der Seite festgenäht. Dafür lege ich mir meinen Stoff und das Label unter den Nähfuß. Zu Beginn verriegle ich die Naht, indem ich ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähe. Am Ende des Labels angekommen, verriegle ich die Naht erneut. Ich nähe ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts. So sieht mein Zwischenstand nun aus. Die rechte Seite des Labels ist angenäht. Ich wiederhole das Ganze auf der linken Seite des Labels. Dafür entferne ich die Stoffklammer und lege Stoff und Label unter den Nähfuß. Ich nutze mein Handrad, um die Nadel richtig zu positionieren. Anschließend senke ich den Nähfuß und nutze mein Handrad, um die Nadel in den Stoff zu schieben. Ich verriegle die Naht, indem ich ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähe. Am Ende des Labels angekommen, nähe ich wieder ein paar Stiche rückwärts und vorwärts, um die Naht zu verriegeln. Nun ist auch die linke Seite des Labels am Stoff festgenäht. So sieht das angenähte Label nun aus. Durch das Annähen des Labels sind auf der Rückseite nun sichtbare Nähte entstanden. Mich stören die sichtbaren Nähte nicht, sie könnten jedoch verhindert werden. Das Label könnte mithilfe von Wondertape befestigt werden. Auf diese Weise könnte das Label mittig platziert werden, ohne Stoffklammern nutzen zu müssen. Dann würde die eingeschlagene Kante weggeklappt und das Label festgenäht werden. So würden die Nähte zwischen den linken Stoffseiten verschwinden. Ich lege das Rechteck wieder vor mich. Die stärker eingeschlagene Kante liegt dabei weiter hinten und ich beschäftige mich mit der weniger stark eingeschlagenen Kante. Ich nehme mir mein Patchwork-Lineal zu Hilfe. Ich lege das Lineal mit der 8 cm Linie an der eingeschlagenen Kante an. Das Lineal wird nicht an der äußeren, sondern an der inneren Kante angelegt. Ich nehme meinen Trickmarker zu Hilfe und zeichne die Linie ein. Hier erkennst du meine eingezeichnete Linie. Nun kommen die Magnetknöpfe zum Einsatz. Ein Magnetknopf besteht aus zwei Verschlussteilen. Zu jedem Verschlussteil gibt es eine passende Gegenscheibe. Diese unterstützt dabei, den Magnetverschluss zu befestigen. Zur Stabilisierung der Magnetknöpfe nutze ich ein Reststück SnapPap. Ich schneide mir vier kleine Stücke SnapPap zurecht. Nun setze ich Markierungen auf meine kleinen Stücke SnapPap. Dafür lege ich die Gegenscheiben auf das Stück SnapPap. Die haben ein rundes und zwei ovale Löcher. Die ovalen Löcher mache ich mir nun zunutze. Ich nehme meinen Trickmarker und zeichne die Löcher nach. So sieht das Ganze nun aus. Ich habe mir alle drei Löcher markiert. Ich wiederhole dieses Vorgehen für die anderen drei SnapPap-Stücke. Hier siehst du nochmal das Ergebnis der vier markierten SnapPap-Stücke. Jetzt werden die Markierungen der ovalen Löcher eingeschnitten. Du kannst dafür eine Papierschere nutzen oder eine Fadenschere. Ich nutze an dieser Stelle meinen Nahttrenner. Ich steche mit meinem Nahttrenner an der unteren Markierung ein. Anschließend schneide ich mit dem Nahttrenner entlang der Markierung. Dabei achte ich darauf, mit dem Nahttrenner nicht das gesamte Papier zu durchtrennen. Ich wiederhole das Ganze für die zweite Markierung. Für die anderen Markierungen gehe ich genauso vor wie eben beschrieben. Ich habe nun mit Hilfe des Nahttrenners alle Markierungen eingeschnitten. Die vorhin eingezeichnete Linie mache ich mir nun zunutze. Mit Hilfe eines Geodreiecks wird nun die Position des Magnetknopfes ermittelt. Die Position hat einen Abstand von 2,5 cm zur eingezeichneten Linie und 3,5 cm zur äußeren Kante. Der Abstand zur äußeren Kante beinhaltet 1 cm Nahtzugabe. Ich nehme jetzt mein Geodreieck und lege es mit einem Abstand von 2,5 cm zur eingezeichneten Linie an. Bei einem Abstand von ca. 3,5 cm zur äußeren Kante zeichne ich mir eine Linie ein. Hier siehst du meine eingezeichnete Linie. Dasselbe wiederhole ich jetzt für die äußere Kante. Ich lege mein Geodreieck mit einem Abstand von 3,5 cm zur äußeren Kante an. Mit Hilfe meines Trickmarkers zeichne ich eine ca. 2,5 cm entfernte Linie zur zu Beginn eingezeichneten Linie ein. Dadurch ergibt sich ein Kreuz. Später trifft die Mitte der Gegenscheibe des Magnetknopfes genau auf die Mitte des Kreuzes. Dasselbe wiederhole ich nun auf der anderen Seite. Ich zeichne wieder ein entsprechendes Kreuz ein mit einem Abstand von 2,5 cm zur eingezeichneten Linie und 3,5 cm zur äußeren Kante. Nach dem Einzeichnen der Markierungen nutze ich nun die Gegenscheibe eines Magnetknopfes. Ich lege sie mit dem mittleren Loch genau auf die mittlere Markierung des Kreuzes. Für weitere Markierungen nutze ich nun einen andersfarbigen Stift. Ich habe leider keinen andersfarbigen Trickmarker mehr, deshalb nutze ich einen normalen Stift. Die Markierung des Stiftes wird bleiben, was nicht weiter schlimm ist, da der Stoff später innen liegen wird. Nun zeichne ich die ovalen Löcher der Gegenscheibe nach. Hier erkennst du die eingezeichneten Markierungen. Ich wiederhole das Ganze auch auf der anderen Seite. Ich positioniere die Gegenscheibe mittig auf dem eingezeichneten Kreuz. Anschließend nehme ich wieder meinen Stift zur Hand und zeichne die ovalen Löcher der Gegenscheibe ein. Hier erkennst du meine eingezeichneten Markierungen. An dieser Stelle nutze ich wieder meinen Nahtrenner. Alternativ kann eine Schere genutzt werden. Ich steche mit dem Nahtrenner an der unteren Markierung ein. Anschließend schneide ich ein kleines Loch in den Stoff. Zu Beginn würde ich dir empfehlen, das Loch lieber ein bisschen kleiner als zu groß zu schneiden. Ich wiederhole das Ganze für die zweite Markierung. Nun drehe ich meinen Stoff und schneide auch die Markierung auf der anderen Seite ein. Dafür steche ich wieder mit meinem Nahtrenner in den Stoff und schneide den Stoff etwas ein. An dieser Stelle kommen die Magnetknöpfe zum Einsatz. Ich lege mir ein Verschlussteil, die Gegenscheibe und ein Stück Snap-App bereit. Jetzt wird das Verschlussteil durch die gesetzten Einschneidungen in den Stoff gedrückt. Sollten deine Löcher im Stoff nicht groß genug sein, kannst du sie einfach etwas vergrößern. Jetzt nimmst du das vorbereitete Stück Snap-App und schiebst es von hinten auf das Verschlussteil. Anschließend nimmst du die Gegenscheibe und steckst es auf das Stück Snap-App. Jetzt werden die Laschen auseinander gebogen. Da ich beim Auseinanderbiegen der Laschen häufig Probleme habe, nutze ich mein Geodreieck. Ich lege es in die Mitte des Magnetknopfes und drücke es nach außen. Auf diese Weise lässt sich die Lasche leicht nach außen biegen. Ich wiederhole das Ganze auch auf der anderen Seite. Hier siehst du den Magnetknopf noch einmal von innen und von außen. Jetzt drehe ich meinen Stopp um und wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Zu Beginn schiebe ich das Verschlussteil von außen durch den Stoff hindurch. Nun nutze ich wieder mein Geodreieck und drücke die Laschen nach außen. Hier siehst du das Ergebnis noch einmal von innen und von außen. Nun wird das Stoffstück an der vorhin eingezeichneten Linie eingeschlagen und festgesteckt. Für das Feststecken verwende ich Stoffklammern. Ich nehme mir die gegenüberliegende Kante und schiebe sie für ca. 1,5 cm unter mein späteres Klappenteil. Das Ende der unteren Kante schließt hierbei mit dem Ende der oberen, umgefalteten Kante ab. Ich fixiere mir diese Stelle mit einer Stoffklammer. Anschließend wiederhole ich das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite. Und auch hier fixiere ich das Ganze erneut mit einer Stoffklammer. Ich achte darauf, dass die Stoffe mit den Kanten miteinander abschließen. Jetzt fixiere ich mir die gesamte Kante mit Stoffklammern. Nun drehe ich mein Nähprojekt um und fixiere auch diese Kante mit Stoffklammern. Bevor ich die Stofflagen zusammennähe, habe ich mir überlegt, dass ich gerne ein Label mit einnähen möchte. Ich werde das Label in den Stofflagen zwischenfassen. Ich werde die Stofflagen mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammennähen. Das Label hat jedoch nur 0,5 cm Platz zum Rand. Dies werde ich beim Einnähen berücksichtigen. Mithilfe einer Stoffklammer schiebe ich das Label nun zwischen meine Stofflagen. Das Label liegt im Abstand von ca. 0,5 cm zum Rand zwischen den Stofflagen. Nun werden beide Kanten mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. Für das Zusammennähen der Stofflagen erhöhe ich meine Stichlänge auf 3,2. Nun nehme ich mir meine erste Stoffkante vor. Für das Zusammennähen entferne ich die oberste Stoffklammer und lege mein Nähprojekt unter den Nähfuß. Anschließend senke ich den Nähfuß. Zu Beginn nähe ich ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts, um meine Naht zu verriegeln. Beim Übergang von wenig Stofflagen zu mehreren Stofflagen achte ich darauf, dass alle Stofflagen gleichmäßig eingefasst werden. Am Ende angekommen, nähe ich ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts, um die Naht zu verriegeln. Hier siehst du nochmal die zusammengenähten Stofflagen. Das Ganze wiederhole ich nun auch auf der anderen Seite. Ich nähme mir meine zusammenzunähende Stoffkante, entferne die oberste Stoffklammer und lege mein Nähprojekt unter den Nähfuß. Ich senke den Nähfuß ab und nähe ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts, um die Naht zu verriegeln. Bei dem Übergang achte ich wieder darauf, dass alle Stofflagen richtig eingefasst werden. Am Ende der Kante angekommen, verriegele ich meine Naht, indem ich ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts nähe. Hier erkennst du die zusammengenähten Stofflagen. Ich widme mich der Kante, an der die Magnete angebracht sind. Dies wird später meine Taschenklappe sein. Ich möchte meine Klappe gerne mit Schrägen nähen. Für die Schräge setze ich mir eine Markierung auf der Naht der Nahtzugabe. Sie hat einen Abstand von 2,5 cm zur unteren Kante. An der unteren Kante setze ich mir im Abstand von 2,5 cm zur Naht eine Markierung. Die Markierungen werden später zu einer Schräge verbunden. Hier siehst du meine gesetzten Markierungen. Beide haben einen Abstand von 2,5 cm zum Anfang der Naht. Nun nehme ich mir mein Geodreieck und verbinde die Markierungen miteinander. Die Strecke hat eine Länge von ca. 3,5 cm. Hier siehst du nochmal meine eingezeichnete Strecke. Das Ganze wiederhole ich nun auch auf der anderen Seite. Dafür setze ich mir zunächst wieder meine Markierungen. Anschließend verbinde ich die Markierungen mit dem Geodreieck. Hier siehst du meine eingezeichnete Schräge. Jetzt wird entlang dieser Schräge genäht. Wichtig ist dabei, dass über die vorher gesetzte Naht an den Kanten nicht hinausgenäht wird. Für das Nähen der Schriege stelle ich meine Stichlänge von 3,2 cm runter auf 2,6 cm. Nun nehme ich mir eine der eben vorbereiteten Ecken. Ich lege die Ecke unter meinen Nähfuß. Ich nutze mein Handrad, um die Nadel richtig in den Stoff zu drehen. Zu Beginn der Naht verriegele ich die Naht, indem ich ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähe. Am Ende der Naht achte ich darauf, nicht über die vorher genähte Naht hinaus zu nähen. Ich nähe ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts, um die Naht zu verriegeln. Sollte die Naht nicht in der vorher gesetzten Naht enden, empfehle ich dir, das Handrad zu Hilfe zu nähen. Hier erkennst du die von mir zusammen genähte Ecke. Ich wiederhole das Ganze für die andere vorbereitete Ecke. Ich lege die Ecke unter den Nähfuß und senke ihn. Ich nähe ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts, um die Naht zu verriegeln. Dasselbe wiederhole ich am Ende der Naht. Hier erkennst du meine abgenähte Schräge. Jetzt werden die Nahtzugaben zurückgeschnitten. Ich beginne an den eben genähten Ecken. Ich nehme meine Stoffschere und schneide sehr knappkantig entlang der gesetzten Naht. Wenn du einen ausfranzenden Stoff verwendet hast, empfehle ich dir, die Naht nicht so knappkantig zurückzuschneiden. Ich schneide die Nahtzugabe auch an der oberen Ecke schräg zurück. Wenn notwendig, schneidet gerne mit der Schere nochmal nach. Da mein Stoff nicht ausfranst, kann ich ihn sehr knapp an den Nähten zurückschneiden. So sieht das Ergebnis aus. Ich wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Ich beginne damit die Schräge zurückzuschneiden und dann die zweite Ecke. So sieht das Ganze nun aus. Jetzt widme ich mich den anderen Kanten. Auch diese schneide ich schräg zurück. Hier siehst du nochmal die schräg zurückgeschnittenen Nahtzugaben. Einmal an den schrägen und einmal an den anderen beiden Kanten. Das zurückschneiden der Nahtzugaben erleichtert später das Ausformen nach dem Wenden. Jetzt drehe ich mein Nähprojekt um und wende es durch die Öffnung. Ich nutze meinen Eckenausformer, um die Ecken schön auszuformen. Alternativ kannst du auch einen Stift oder etwas anderes verwenden. Der Gegenstand sollte jedoch nicht zu spitz sein, sonst können die Ecken durchstochen werden. Ich nutze eine Stoffklammer, um die ausgeformte Ecke in Form zu halten. Dies wiederhole ich nun für alle anderen Ecken. So sieht das Ganze nun aus. Ich habe alle Ecken mit Stoffklammern gesichert, damit sie in Form bleiben. Hier kannst du nochmal meine eingenähten Label sehen. Nach dem Absteppen wird das seitlich eingenähte Label besser zur Geltung kommen. Nun fixiere ich mir die Seiten mit Stoffklammern. So sieht es aus, wenn die Seiten mit Stoffklammern zusammengesteckt wurden. Nun wird die Position für die fehlenden Magnetknöpfe ermittelt. Dafür nehme ich mir einen sehr flüssigen Filzstift und male den Mittelpunkt des bereits angebrachten Magnetknopfes an. Jetzt falte ich die Klappe so um, wie sie später liegen soll. Auf diese Weise entsteht ein Abdruck des Filzstiftes. Hier siehst du den Abdruck. Da der Abdruck nur sehr schwach ist, male ich ihn noch einmal nach. Mithilfe meines Geodreiecks überprüfe ich den Abstand der gesetzten Markierung zur abgesteppten Kante. Außerdem messe ich nach, wie weit der Magnetknopf zur abgesteppten Kante entfernt liegt. Der Abstand des Magnetknopfes muss etwas länger sein als der Abstand zur gesetzten Markierung. Ich nehme mir erneut eine Gegenscheibe des Magnetknopfes zur Hand. Ich lege die Gegenscheibe auf meinen Stoff. Das mittlere Loch der Gegenscheibe trifft dabei genau auf die gesetzte Markierung. Mithilfe des Trickmarkers übertrage ich die ovalen Löcher der Gegenscheibe auf meinen Stoff. Die Markierungen lassen sich in der Kamera leider nicht so gut einfangen, sie sind jedoch gesetzt. Zum Einschneiden des Stoffes nutze ich wieder meinen Nahttrenner. Ich achte darauf, nur die äußere Stofflage einzuschneiden. Und nicht die innere Stofflage. Um nur die äußere Stofflage zu durchtrennen, ziehe ich mir die zweite Stofflage mit meinen Händen weg. Ich steche mit meinem Nahttrenner mit ganz viel Gefühl und ganz viel Vorsicht in meinen Stoff ein. Ich steche mit meinem Nahttrenner an der unteren Kante der Markierung ein und komme an der oberen Kante aus dem Stoff wieder heraus. Erst dann durchtrenne ich den Stoff vollständig. Auf diese Weise habe ich mehr Kontrolle über meinen Nahttrenner und riskiere nicht, die zweite Stofflage mit einzuschneiden. Ich wiederhole das Ganze nun für den anderen Magnetknopf. Ich markiere mir die Mitte des Magnetknopfes mit einem flüssigen Filzstift. Anschließend schlage ich die zukünftige Taschenklappe ein. Auf diese Weise entsteht wieder ein Abdruck des Magnetknopfes auf meinem Außenstoff. Sollte der Filzstift nicht auf den Stoff abfärben, wiederhole ich das Ganze. Ich achte darauf, dass die Taschenkanten gerade miteinander abschließen. Ich nehme meine Belegscheibe und platziere sie mittig auf meiner gesetzten Markierung. Mithilfe des Trickmarkers zeichne ich die ovalen Löcher der Belegscheibe nach. Für die Löcher in meinem Außenstoff halte ich den Innenstoff wieder weg. Ich nutze meinen Nahtrenner und schneide die Löcher in den Stoff. Für die fehlenden Magnetknöpfe lege ich mir zwei Verschlussteile, zwei Reststücke Snap-Pap und zwei Gegenscheiben bereit. Ich stecke den Magnetknopf durch meinen Außenstoff. Nun stecke ich das Stück Snap-Pap auf die Laschen des Magnetknopfes. Auf das Snap-Pap stecke ich nun meine Belegscheibe. Ich nutze mein Geo-Dreieck, um die Laschen auseinander zu biegen. So sieht mein Magnetknopf von der rechten Seite aus und so von der linken. Die Laschen und das Snap-Pap verschwinden nun unter der eingenähten Klappe. Auf diese Weise wird dein Gerät nicht zerkratzt. Ich wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite. Ich nutze nun die beiden Löcher im Außenstoff und stecke meinen Magneten hindurch. Anschließend stecke ich das Stück Snap-Pap zur Verstärkung auf die Laschen. Auf das Snap-Pap folgt die Gegenscheibe. Um die Laschen umzubiegen, nutze ich wieder mein Geo-Dreieck. Die Rückseiten der Magnetknöpfe verschwinden unter der eingenähten Lasche. Dies hat den Vorteil, dass mein iPad später nicht zerkratzen wird, wenn ich es in die Tasche reinschiebe oder raushole. So sieht das Zwischenergebnis der Tasche bisher aus. Vor dem Absteppen stecke ich mir die Seiten mit weiteren Stoffklammern zusammen. Ich achte darauf, dass die Seiten schön aufeinander liegen. Auf der Höhe der dickeren Stofflagen stecke ich lieber ein paar Stoffklammern mehr. Jetzt habe ich mir beide Kanten mit Stoffklammern gut zusammengesteckt. Der Boden wird später nicht abgesteppt, die Kopfseite hingegen schon, weshalb ich hier weitere Stoffklammern setze. Die Tasche wird nun an den zusammengesteckten Seiten knappkantig abgesteppt. Für das Zusammennähen der Stofflagen erhöhe ich meine Stichlänge auf 3,2. Ich beginne mit dem Nähen an einer Ecke. Die Seite mit den Magnetknöpfen liegt beim Nähen oben. Ich entferne die obersten Stoffklammern und lege mein Nähprojekt unter den Nähfuß. Anschließend senke ich den Nähfuß. Zu Beginn des Nähens verriegle ich meine Naht. Ich nähe ein paar Stiche vorwärts, ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts. Falls notwendig, nutze ich mein Handrad und korrigiere die Naht. An einer Ecke angekündigt. Angekommen stoppe ich mit dem Nähen. Ich drehe mit Hilfe des Handrads die Nadel in den Stoff. Anschließend hebe ich meinen Nähfuß, drehe mein Nähprojekt, senke meinen Nähfuß wieder und nähe weiter. An der nächsten Ecke angekommen, wiederhole ich das Ganze. Anhegen Sie mitgem Airline Kuss investiert schon in die Nähfuß, den Nähfuß Cu stakeholder queens investiert. at. Musik An diesem Übergang merke ich, dass meine Stofflagen wirklich dick sind. Ich nutze meinen Eckenausformer und schiebe ihn hinten unter meinen Nähfuß. Auf diese Weise erhöht sich mein Nähfuß und es fällt mir leichter, die dicken Stofflagen zusammenzunähen. Du kannst alternativ auch einfach alte Stoffreste nehmen und hinten unter deinen Nähfuß legen. Während des Nähens stoppe ich immer wieder. Ich hebe meinen Nähfuß an und schiebe meinen Eckenausformer weiter unter den Nähfuß. Anschließend nähe ich weiter. Am Ende angekommen, verriegele ich meine Naht wieder. Ich nähe ein paar Stiche rückwärts und wieder vorwärts. Hier siehst du mein knappkantig abgestepptes Nähprojekt. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude mit diesem Video und hast jetzt auch Lust bekommen, deine eigene Hülle zu nähen. Ich für meinen Teil bin super zufrieden mit meiner neuen iPad-Hülle, die total individualisiert ist durch meine eigenen Label. Und das Beste ist, das iPad passt auch rein. Sogar der Stift ist mit drin versteckt, das heißt, er bekommt keine Kratzer ab und alles ist gut geschützt. Ich kann die Hülle jetzt einfach mit den Magnetknöpfen schließen und bin auch super, super zufrieden. Ich habe da noch eine Kleinigkeit für dich und zwar einen Rabattcode. Mit janaDIY15, ich schreibe das auch nochmal hier ins Video rein, bekommst du einen Monat lang 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Wunder Label. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern, Inspirieren lassen, Designen und Bestellen und vor allem dann beim Einnähen. Viel Spaß dabei!